Herzlich Willkommen zu Spaß mit Tiefbohrtechnik. Als ich noch ganz klein gewesen bin, gab es auf der Erde noch nicht mal drei Milliarden Menschen. Und heute, wo ich deutlich gereift bin, bin ich schon in der Gesellschaft von fast acht Milliarden Menschen. Das heißt, in meiner Lebensspanne hat sich die Menschheit schon fast verdreifacht. Und alle diese Menschen wollen natürlich Zugang zum Internet haben, eine Heizung, einen Kühlschrank, vielleicht noch ein Moped. Und deswegen steigt der Weltenergiebedarf proportional zur Entwicklung der Weltbevölkerung immer weiter an. Natürlich würden wir gern die ganze Energie durch regenerative Quellen decken, durch die Sonne und durch den Wind beispielsweise. Aber die Weltbevölkerung wächst so schnell, dass das einfach nicht geht. Und deswegen brauchen wir auch heute noch jede Menge Kohle und Erdöl und Erdgas zum Beispiel. Ob wir es wollen oder nicht. Und das wird sich auch nach allen Statistiken noch so weiterentwickeln. Und wenn die heutigen Abiturienten ungefähr mein Alter erreicht haben, dann wird Erdöl, Erdgas und Kohle immer noch den Hauptanteil der Weltenergie befeuern. Wir brauchen aber nicht nur Energierohstoffe, sondern wir wollen ja auch bauen. Wir brauchen Baustoffe und die Industrie braucht auch jede Menge Rohstoffe. Und unser ganzer Wohlstand, das Bruttoinlandprodukt, was wir hier hinter mir sehen, das ist eben ein Maß dafür, wie gut es uns geht. Und dieses Bruttoinlandprodukt ist auch wiederum proportional zum Rohstoffverbrauch. Ohne Rohstoffe gibt es keinen Wohlstand. Beispielsweise ist es ganz interessant, wenn man hört, dass jeder von uns Menschen in seinem 70-jährigen Leben ungefähr 460 Tonnen Sand verbraucht. Rein statistisch gesehen natürlich, nicht persönlich für jeder von uns. Und jeder von uns verbraucht ungefähr 146 Tonnen Steine oder 13 Tonnen Salz. Hätten Sie das gedacht? Ich war jedenfalls verwundert. Oder auch für so ein Handy, was ja heute jeder in seiner Tasche hat. Da braucht man ungefähr das halbe Periodensystem der Elemente, um das überhaupt zum Laufen zu kriegen. Und alle diese Elemente müssen mühsam der Erde abgerungen werden, genauer gesagt der Erdkruste, der äußeren Pelle der Erde sozusagen. Und die Leute, die sich darauf spezialisiert haben, das sind unsere Geoingenieure. Die Geoingenieure sind ganz vielfältig aufgestellt. Wir haben da zum einen die Geotechniker, die sind dafür zuständig, sicherzustellen, dass Bergwerke und Tunnel und Schächte und solche Bauwerke, dass die nicht gefährlich werden, sondern halten und es keine Erdrutsche gibt beispielsweise. Und die Bergleute, die sind dafür zuständig, der Erdkruste die festen Rohstoffe abzugewinnen. Sicher und nachhaltig. Und die Erdölingenieure kümmern sich um die fließfähigen Rohstoffe. Das ist also Erdöl und Gas, aber auch zunehmend Wasser oder heißes Wasser, die Geothermie. Und die Erdölingenieure kümmern sich auch in zunehmendem Maße um die Zwischenspeicherung von CO2 oder die aufkommende Wasserstoffindustrie, muss Wasserstoff in der Erde speichern und zum Teil speichern wir auch Druckluft als Energiespeicher. Alles das machen die Erdölingenieure. Ja und alle diese Geoingenieure zusammen, die für den Wohlstand unserer Menschheit zuständig sind, die bilden wir hier auch in Freiberg aus in unserem Studiengang Geotechnik, Bergbau und Geoenergiesysteme. Vielleicht seid ihr ja auch daran interessiert. Wir würden uns jedenfalls freuen, euch hier in Freiberg begrüßen zu können. Glück auf!